Leute, wir befinden uns heute wieder auf einer krassen neuen Minecraft-Map und zwar einer Lava-Map. Hier geht es eigentlich nur ausschließlich um Lava, um uns herum. Es gibt auch Lava-Mobs. Alter, das ist ein Lava-Skorpion. Lava-Mobs, ja. Wo hast du den Skorpion gesehen? Hier in die Richtung, da unten. Hier, der greift uns glaube ich auch an, ehrlich gesagt. Da ist einer auf dem Baum. Hier. Alles Lava, Leute. Der eine ist ins Wasser geraten. Das ist ja dumm. Das ist ein Lava-Monster. Stimmt, hier ist auch Wasser. Hier ist ein Lava-Weiß nicht, wie man das nennt. Ein Lava-Dino. Das sind Dinosaurier irgendwie, ne? Ja, 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 ja. Korpion und Dinosaurier. Ich frage mich nur, wie wir hier jetzt weiterkommen sollen. Wir haben eine Kiste, die aber... Erstmal würde ich hier mal einen Baum abbauen und ein bisschen... Ja, stimmt. Aber du bist immer so schlau. Wir müssen uns zu den anderen Inseln graben. Ja, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Welche Insel wählen wir für unser heutiges Abenteuer aus? Du darfst auswählen. Nein, das dürfen die Zuschauer entscheiden. Ja, genau. Die Zuschauer dürfen das jetzt entscheiden. Das können sie ja jetzt auch beantworten. Naja, aber guck mal. Ach, egal. Scheiß-Treff. Scheiß-Treff. Ja, wir gehen... Welche sieht denn heftig aus? Oder dass erst mal die Insel hier erkunden, mein Gott, ey. Da hinten ist nämlich irgendein Gebäude. Guck dir das mal an. Wo? Ja, da, das Blaue. Oh shit, ich bin runtergefallen. Ist da eine Kiste? Nee, das ist keine Kiste. Das sah nur so aus. Haben wir in dem... Haben wir hier irgendeine Wutsache? Nein, wir haben hier... Eine Werkbank haben wir. Ja, wir haben eine Werkbank, aber mehr haben wir auch nicht. Da hat aber... Da war aber hier kein Gonrianer am Start. Nee, kein Gönnyamin. Ja, Gönnyamin habe ich auch letztens gehört. Das passt voll zu dir. Äh, warum? Ja, Spaß. Ich habe eine Steinspitze. Oh, ey. Oh, oh, oh. Was ist jetzt unsere Mission zu diesem Schiffswrack geht? Zu irgendeiner Insel zu spazieren. Meinst du, warte, ich mache mir ein Schwert. Und ich packe die Sachen hier in die Kiste. Und Ben, ich werde jetzt das machen, was du dir denkst. Was wirst du machen? Ich werde jetzt gegen so ein Ding kämpfen. Ich habe ein Steinschwert, ich auch. Let's go. Jo, der schießt. Der kann schießen. Ich komme. Oh, der hat mich vergiftet. Ja, moin. Die können vergiften? Ah, ja klar. Es ist ein Lavafiech, was schießen kann und dann auch... Oh, der hat irgendwas fallen lassen. Eine Magmakugel. Jo, guck, der schießt auch. Aua. Aua. Oh mein Gott, bin ich dumm. Wie komme ich da ran? Da unten ist noch ein Skorpion. Au. Hä, ich komme an den nicht ran. Aua. Kreift den Skorpion an. Let's go. Ich habe Kohle. Stirbt der an Lava? Oh, nee, die sterben nicht in Lava. Das ist ja zu Kohle gewesen. Ah, die ist eine Schnecke, Elina. Eine Schne... Das... Jo. Da bin ich erst mal trocken. Die kann man gar nicht angreifen. Oh nein, meine Sachen. Hier ist einfach ein Esel. Liegen da meine Sachen? Jawohl. Also, normale Esel. Ja, ja, die liegen hier. Ich habe die auch, aber ich werde da selbst sterben. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Helfe mal hier. Oh, Entschuldigung. EK-Probleme. Ich sehe es, ich sehe es. Ben, Achtung. Ben, Achtung, der Esel. Das ist, glaube ich, eher ein Maultier. Komm, wir schaffen das. Nice. Gibt es hier irgendwie irgendwas mit Ironen? Und anderthalb Herzen, ne? Das ist ein Boot. Skorpion, Skorpion, Skorpion. Das ist ein Boot. Shit. Wird genau über der Lava gekippt. Shit, 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 shit. Der Skorpion verfolgt mich. Habe ich es geschafft? Ich bin hinaus... Hier ist eine Kiste, aber hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Das sind voll die Nichtsgönnerkisten. Warte, 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 ich komme. Als ob der... Oh Gott, das Schiff brennt ab, Elina. Ja, 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 ich weiß. Eie, karrant. Eie, 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 eie. Warte, die Kiste noch. Die ist leer. Jede Kiste leer. Oh, shit. Shit, 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 die zünden mich an, Leute. Die haben einen Attentat auf mich. Abgesehen. Oh, ich habe ein halbes Herz, bin tot. Ob auf den anderen Maps andere Monster sind? Alter, lass mal, da ist ein Dorf. Wo? Geradeaus bei der Insel, lass da mal hin. Alter, brauchen wir mega viele Blöcke. Ja, ja, okay. Und Holz ist, glaube ich, nicht unbedingt das beste Material, sage ich mal. Okay, dann müssen wir ganz viele Steine farben. Hinter unserem Haus sind ein paar viele Steine. Koppelgenerator. Ja, stimmt. Aber wir haben ja eh genug. Brauchen wir nicht. Genau, wir haben genug. Weißt du, was wir aber nie genug haben? Nein. Likes! Das ist eine positive Bewertung. Was? Ich habe da irgendwas gerade eben gehört. Habt ihr das auch gehört, Leute? Nee. Weißt du? Keine Ahnung. Ich habe 30 Steine schon. Das war wohl der Frockygeist. Alter, der hat mich nicht manchmal andere war. Boah, wie schön, dass er aussieht. Halleluja. Mein lieber Herr. Halleluja. Halleluja. Mir ist ein Sänger verloren gegangen. Das sage ich dir so. Das ist auf jeden Fall wahr. So, ich habe 43 Steine. Meinst du, nee, wir brauchen safe einen Huni, oder? Wir brauchen safe einen Huni. Ja, ich habe 50. Ich fange schon mal an, ne? Da kannst du ja dann nachkommen. Ja, ja, ja. Jo, bis dann. Bis dann. Tschö. Sogaro nehme ich mal mit. Das kann man immer mal gebrauchen. Wie wenn der Captive Folge 3 schmerzlich erfahren musste. Hast du da Digger gesagt? Nein, ich habe gesagt, stimmt, ja. Ach so. Stimmt, Digger. Stimmt, Digger. Wow. Da sind aber mehrere Kisten in dem Boot. Das weißt du schon nicht. Ja, ich weiß. Ich habe da drei Kisten geöffnet und alle leer. Leer, leer. Das sei wirklich maximal nichts können. Ohne Witz. Ich dachte, es weiß nicht, ich glaube, da hat jemand vergessen, die Kisten zu befüllen. Ganz ehrlich. Ja, safe. Der Hunter Pro. Jo, ich habe Gold gefunden. Wo ist gerade jetzt? Alter, weißt du, wie viel wir da brauchen? Mega viel. Ich habe nicht so viel. Na, wobei, 100 Blöcke, damit kannst du dich auch schon wirklich... Ey! Alter, die Schnecke schießt auf 100 Metern mich an. Jetzt verliegt alles, was ich habe. Kann das denn sein, Alter? Ich bin maximal weit weg. Ey, die schießt mich immer noch an. Was heißt, dass die für eine Range haben? Ich habe mich jetzt schon... Die haben 35 Blöcke Range. Wo baust du dich denn eigentlich hin? Zur Dorfinsel. Dorf. Wie kann die mich immer noch treffen? Das ist doch maximal illegal. Die rennt mir hinterher, Elina. Ich habe immer noch nicht festgestellt, wo du dich... Na geradeaus, wenn du... Ach da, ich sehe es. Da ist das Anfang vom Ende. Dann nicht mal die Hälfte und jetzt eine Schnecke. Das Anfang vom Ende, Jamon. Die Wiener ist eine Schnecke, die greift nicht an. Ja, ich muss hier ein paar Sachen sammeln. Kannst du sagen, dass man die Schnecke gar nicht angreifen kann? Ja, die kickt deine mal so weg, ne? Ja, die kann man, glaube ich, gar nicht angreifen, wenn man die im Panzer hat oder so, Baby. Aber wie will man die dann killen? Ich habe hier ein kleines Problem, Alter. Ich habe ungefähr 40 Prozent, würde ich Pivot aufschätzen. 40 Prozent? Da hast du dich aber wirklich wahnsinnig verschätzt. Das sieht von hier nicht so aus. Komm mir halt nicht weg, ne? Nö. Nö. Warte, Ben. Rescue Elina kommt. Ups. Hat ja gut geklappt. Bist du gestorben? Du bist noch nicht mal losgelaufen, was Rescue Elina. Ja, mein Gott. Okay, dann musst du mich jetzt rescuen. Du kriegst jetzt ein Schwert. Happy birthday. Wie viel Steuern hast du denn? Das ist 64. Das reicht never. Und du hast das Schwert wieder aufgesammelt. Ich habe sie ja aufgelenkt. Warte, lass mich vorher noch ein paar Steine maken. Oh, shit. Lauf, Elina, lauf! Lauf, Elina! Du schaffst es. Oh mein Gott, da ist ja eine... Alter, ich habe ein Diamant gefunden. Jo, Ben, da sind einfach zwei Schnecken da drauf. Ja, zwei? Da sind zwei Schnecken drauf. Das sagst du jetzt so als Vorwurf. Was kann ich denn dafür? Ja, du bist schuld, würde ich damit sagen. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Dann baue dich drüber, maybe, oder so. Na, warte, ich habe den... Oder baue den Weg da runter ab. Geht das nicht? Warte, die eine Schnecke habe ich hier weggeschneckt. Die weiß nicht mehr, mit sich was anzufangen. Ich habe jetzt auch nochmal 32 Blöcke. Und die andere Schnecke, die kommt hier angeschneckt. Hier ist eine Kuh, Alter, essen wir nicht. Ja, die zielt auf mich. Oh, shit. Ich konnte leider nicht ausweichen, weil ich dumm wie die Kacke bin. Die Gina, das stimme nicht. Du bist sehr klug. Oh, danke schön. Alter, guck mal, wie die shootet. Die ist ja maximal overpowered. Was macht man? Warte, hier, komm. Also, ich kann mich ja gar nicht opfern. Warte, ich versuche sie, ich versuche sie hier, damit sie näher rankommt. Komm her. Ah, guck mal. Es funktioniert, wie es einfach funktioniert, Ben. Oh ja. Und dann, dann musst du sie töten. Die kann man nicht töten, das ist ja das Problem. Ach so. Warte, ich habe aber eine Idee. Ich weiß, wie wir es machen. Wir könnten rüberlaufen. Ja, Ben, ja, Ben, ja, Ben. Nein. Doch, das ist nicht so. Ja, ja. Pass auf, pass auf. Ah. Nice, Ben, du hast es geschafft. You did it. Jetzt musst du nur da drauf springen von over und dann ihm. Ja, ich weiß aber nicht so richtig, ob ich das überlebe. Dann bau dich einfach drüber und dann doch. Aber die schießen echt heftig. Und ich weiß nicht, ob ich den Sprung nach unten überlebe. Jo, ich habe ihn überlebt, Ben. Ich habe ihn überlebt. Ich habe Essen. Brauchst du Essen? Ja, Mann. Bitte. Nein. Alter, das war laut. Also, ich habe Essen für dich. Mann, das war 64 Kohle. Ich habe es, ich habe es. Echt? Weil erstens war das keine Kohle, sondern Stein. Nein, ich habe es. Ich habe es, Alter. Ich baue weiter. Nice, Ben. Juhu. Aber es sind nur 57, du Lügner. Nein, dann waren das 64. Gina, soll ich fast bridgen? Wie war der Lara? Ja, mach es. Ich kann das. Also, ein bisschen. Ich will jetzt auch nicht zu krass. Ich kann es ein bisschen. Wollte ich auch nicht übertragen. Das sagen voll viele Leute, die danach so richtig krass scheitern. Ich hasse aber echt. Ey, ich kann mit Inlinern auf einem Geländer fahren. Ich kann das. Und dann. Oh, im Krankenhaus. Ja. Nope. Keine Zeit dafür. Keine Zeit für Essen. Für solche Kinkerlitzchen. Hört sich ja nicht nach dir an. Stimmt. So, wo seid ihr Schnecken, hä? Putz. Wie clever war das mit diesen zwei Blöcken? Schon sehr clever, ne? Das war schon eine... Ich habe noch 26 Blöcke. Hier ist ein Skelett, ein Skorpion, auf dem Steg gespawnt, Elina. Pass auf, ich schaffe das, ich schaffe das. Oh, ich habe ihn runtergeklickt. Für Team Grün. Team Rot. Hä? Bin tot. War ja mega sinnlos. Ich habe es aber fast geschafft. Oh nein, ich sterbe auch. No. Ja, ich habe die da fallen lassen, die liegen da. Okay, dann machen wir uns jetzt Brote, Brote, Brote. Brote? Wo ist denn unser Holz hin? Heimat. Egal, wir sind eh auf der Insel. Ja. Haben wir es geschafft? Ich glaube schon, ja. Mit den Blöcken, die da liegen, auf jeden Fall. Ja, Moment, bin gleich da. Ich nehme nur ein bisschen Holz noch, Vorsichtshalber, mit. Wer schießt denn hier auf mich, Alter? Schwede, ey. Die sind echt gefährlich, die. Die haben Aim-Bot des Todes, Alter. Noch mehr als die Skelette. Ja. Oh, der ist da. Jo, der ist direkt auf dem Weg. Ja, gar nicht. Schnell, 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 schnell. Ne, ich meinte den Skorpion hier. Oh, shit. This was not part of my plan. Aber die Schnecke hat mich nicht erwischt. Der Schnecklord. Ja, moin. Hier ist einfach ein Skorpion. Wieder in der Lava drin. Wen habe ich da hingekriegt? Oh Gott, Ben! Nein! Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh, hä, wie konntest du mich da erwischen? Das ist ja wohl der größte Betrug. Lava-Snail. Mann, ich bin jetzt schon fast tot. Ich bin gerade mal losgelaufen. Ich habe kein Essen, nichts, ey. Ich habe Essen, ich habe Essen. Don't worry, don't worry. Ich will den Sprung jetzt aber nicht. Scheiße. Hast du es auf die Insel geschafft? Ja, ja, ich bin drauf, ich bin drauf. Nice. Dann plündern wir das Dorf. Und ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich will hier nicht sterben, weil hier wartet die Schnecke. Sie schießt instant. Dass man die nicht angreifen kann, das ist übel unfair. Das ist sowas von unfair. Das ist eine Frechheit. Oh, ich bin drüben. Ich bin drüben. Alter, jetzt will. Dann hauen wir die mal aus. Let's to go. Du brauchst dringend deinen Food, Milina, das sagst du. Alter. Villager gibt es hier auch, die so Lava-Dingsbums haben. Ja, moin. Da brenne, glaube ich. Die Kiste ist auch leer. und ich habe kein Essen, Yvina. Ben, alle Kisten sind hier leer. Aber es gibt Essen. Yvina, guck, siehst du mich? Ich brauche Hilfe. Ach, da bist du. Ich habe nur noch anderthalb Herzen. Ja, hilf mir doch und renne nicht weg. Ach so, sorry. Ich wollte mal gucken. Hier ist nichts in den Kisten. Warte, Ben, ich rescue dich. Hat ein halbes Herz. Oh, das ist ein Kühlschmutter. Jetzt kommt so ein Sniper-Shot von der anderen Insel und killt mich. Ja, genau. Ach, hier gibt es ja diese Essens-Regeneration gar nicht. Ben, ich muss uns leider enttäuschen. Aber hier ist wirklich nichts. Warum ist denn da nichts? Hier ist gar nichts. Hier ist nur ein Knopf. Lass das ganze Ding sprengen. Hey, da ist ein Schaf. Hier ist ein Ofen. Ich habe nur einen Knopf drücken können und der macht auch nichts. Und alle Truhen sind leer. Hier sind nur Schafe und so. Besser als nichts, sage ich mal. Ja, stimmt. Aber wo ist so ein Villager? So ein Lava-Villager? Ach, da musst du nochmal hier hochkommen? Warte. Was tradet der? Ah, habe ich gar nicht geguckt. Moment, der war irgendwo. Oh, 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 oh. Ah, der war hier nicht. Ich habe mich leider verlaufen. Brauchst du essen? Ne, ich habe... Ah, da unten. Wir müssen einen später abbiegen. So. Und hier in dem Haus ist er. Hallo, Mr. Villager. Alter, der tradet eine Lava-Rüstung. Wow, Alter. Eine Full-Lava-Rüstung. Hot-Air-Balloon-Bundle, Lava-Minion-Bundle, Lava-Dog-Bundle. Jo, das müssen wir unbedingt in der nächsten Folge einmal abchecken. Cliffhanger, nice. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst uns... Ähm... Ja, was denn? Ja, was sollen sie machen, Ben? Einen Daumen nach oben da lassen, ja? Einen Like abgeben. Und lasst doch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich riesig. Leute, habt einen schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Und so weiter und so fort. Tschüss. Tschüss. Tschüss.